Wir haben, meine Freunde, ich darf euch präsentieren, 757 AD! Ich glaube, ich hätte noch niemals so viel AD, vielleicht auf Renga, aber das ist nicht fair, und auf Jhin, das ist auch nicht fair. 757! Was? Unsere Welt macht 92% Max Live Damage! Ich muss nur jemanden ulten, der verliert 92% von seinem Leben, nur die Ult. Oh mein Gott! Und zwar, game, meine Freunde der Sonne. So, auf geht's! Wir spielen eine Runde freaking fucking full AD, Cain, das zumindest der Plan, auf Rastform, ja. Dauntie, dauntie, dauntie. Ich bin almost about to be there. Ich ping schon mal, aber ich hoffe, dass er nicht stirbt. Ich bin on the way. I'm on the way. Du musst jetzt nur was ge... Das ist ziemlich geil, sogar. Das ist... Ich muss ein Red Buffet machen, danke. Red Buffet. Kriege ich noch ein Red Buffet drauf? Komm schon. Das ist ein schlechter Flash, Freund, der Sonne. Freund, der... How do it? LoL! Na gut. Ich kann ihm helfen, rein zu pushen. Nevermind. Werde von dir öfter aus meinem Streamhands auf YouTube kommen, wäre geil. Also, es kommt immer drauf an, je nachdem, wie viel Material ich habe. Nämlich, if I have Material on must, then I will do it so krass. If not, then not. Da, wo gehen wir ganken? Das Ding ist, wir brauchen hier die Rastform. Ich glaube, wir müssen Toplane ganken. Also, müssen wir wirklich. I need Red Form, then I can bot and mid. Da, 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 da. Das ist meine Red Form, glaube ich. Red Form, Red Form, Red Form. Geile Musik auf jeden Fall. Das ist so hart, die Red Form. Wenn das die Red Form nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Wir warten, bis unsere Q wieder ready ist. Zack. Also, wenn das die Red Form nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Wir haben 30 How Toys. Guckt euch das an. Hier, alles voll mit Rot. Was? So wenig? Was? Was? So wenig? Hä? Battlestar Galactica. Ich brauche noch Red Form. Ich will nicht zurück ohne Red Form. Aber, er killt mich halt, wenn ich da allein. Wenn ich allein draufgehe, ich tötete mich. 100%. Leider, 300%. Hier, bro, 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 bro. Das ist perfekt. Also, potenziell perfekt. Also, es ist halt Stacks. Oh, ja, geile Stacks, geile Stacks, geile Stacks. Ich muss da rein. Das ist der Form-Greed, aber... Nein! Garen zu ganken ist halt nicht worth, Leute. Normalerweise solltet ihr das nicht machen. Weil, Volleybear wird das wahrscheinlich eh nicht killen. Also, nichts gegen Volleybear, aber es ist halt... Ja, Tanks ist halt so. Aber es ist halt ein Free-Kill. Er wollte gerade rüber ulten. So. I can't bot mit now. Sorry. Wir machen mal hier so ein bisschen Attitutions. Keine Ahnung, was das heißt, aber es ist ein gutes Wort bestimmt. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei und du wirst jetzt verlieren. Da brauchen wir... Ich bin jetzt... Ich werde einfach alles vernichten, Leute. Alles. Alles. Ich werde jetzt so krass ausrasten. Und das war... Das war die Einläutung der Vernichtung. So, Leute. Let's go. Ich bin ready. Ich hab immer noch Ult und hab Bock. Ich hab Ult und hab Bock. Und ich hab Ult und hab Bock. Wir müssen nicht irgendwas mit dem Spell-Shield. Genau das dann. Ne? Ne? Ich bin aber auch ne fucking Maschine. So. Jetzt gehen wir direkt mal shoppen. Wen müssen wir töten, Leute? Ihr könnt jetzt sagen, wenn ihr euch einig seid, wen ihr töten sollt, dann werde ich den töten. Schreibt's einfach. Ich schreib's in den Chat und ich bring ihn um. Ich bin Kopfgeldjäger. Oh, ihr müsst euch einig sein. Das ist wichtig, Leute. Ihr müsst euch gegenseitig überzeugen und einig sein. Ja? Jhin, es wird auf jeden Fall extrem viel... Okay, Jhin, Jhin sieht über... Ähm, sieht auf jeden Fall nach Jhin aus. Okay. Dann kommt Jhin. Los, Leute. Let's go for this. Ihr seid solche Assis. Wirklich. Ja. Nein! Ach, ähm... Ich mein, Jhin ist tot. Das Problem ist, ich konnte nicht ulten. It could be not going. Okay, jetzt könnt ihr... Leute, jetzt könnt ihr euch wieder entscheiden. Seid euch einig, aber diesmal müsst ihr euch wirklich komplett einig sein. Jhin, Jhin... Ihr seid aber auch echt... Was habt ihr denn gegen die Articaries? Okay, alle wollen Jhin. Sie hat zumindest ihr Bein schon mal raus, das ist nicht schlecht. Das Problem ist, sie hat gleich wieder eins. Oh, der Jhin, Alter. Der tut mir ein bisschen leid. Okay, Leute, ihr könnt euch jetzt auf etwas einigen, wen wir töten sollen, außer Jhin. Na, Jhin, egal wie oft ihr schreibt, ich werde nicht Jhin... Ihr könnt irgendjemanden bestürmen, den ich angreife, aber nicht Jhin. Morgana, ihr seid solche Fisser, ey. Morgana. Direkt wie jetzt der Botlane, wa? Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Wieso sind die so schnell? Ich habe auch... Ich habe die... Ich sehe voll langsam aus, obwohl ich flotte Karottischuhe habe. Ja, ich gehe jetzt Jhin töten. Ich muss irgendwo an wen meinen Frust rauslassen, Leute. Es geht nicht anders. Ich hoffe, dass Morgana hier keine Wischen hat. Nee, hat sie nicht. Guten Tag! Line of Sight, ihr braucht nicht Büsche. Ihr braucht nur Line of Sight, Leute. Ganz, ganz wichtig. Dann schaffen wir den? Ich weiß nicht. Normalerweise würde ich den schaffen unter normalen Umständen. Ich weiß aber nicht, wie sehr wir das hier... Außerdem kann ich ihn gerade nicht anklicken. Ja, so, ähm. Also, ich lebe. Sagen wir es mal so. Allerdings nicht missforschung. Wir brauchen mehr Items und... Also, das Ding ist halt, in Teamfight, ich werde Instant explodieren. Das ist halt gefährlich. Ich werde zwar auch Leute zum Instant explodieren bringen, aber... Es ist gewisserweise gefährlich. Oh, Mann, du hast aber auch echt einen schlechten Tag, Bro. Wie kann man denn so viel Pech haben, dass er einfach hier neben mir spawnt, quasi? Oh, was? Also, das ist wirklich ein schlechter Tag, Bro. Das ist aber auch echt... Wie kann man denn so viel Pech haben? Aber ich boarde komplett random back mit der Sport neben mir. Leute, ich brauche hier a bit of a little help. Oh, nicht Morgana, ey. Die nervt. Ähm, ich hab... Ich muss nur einmal rein. Dann kriegst du... Ich müsste echt viel AP wieder bekommen. Also, alles. Oh, was? Was ist? Ähm... Ja, okay. Also, nicht alles, aber wir haben echt... Oh, okay. Das wird leider ein bisschen... Ich bin auch immer ein bisschen zu bunt hier, Leute. Ich muss den Paprika essen. Die grüne Paprika esse ich nicht so gerne, aber... Wenn sie denn heilt... Ich hab keinen Smite, Leute. Ich bin nur dafür da, dass Galen nicht an uns rankommt. Never mind. Doch nicht. Ich hab halt ohne Ult, wenn ich reingehe, bin ich tot. Aber ist egal. Die platzt, oder? Was? Ich war schon dreimal raus. Vielleicht sogar viermal. Oder fünfmal. Der wurde gelöscht. Ich mach jetzt den scheiß Drachen, Alter. Ihr beschloss voll. Der Abokil steht aber echt noch 23, 23. Na, absolut even. Da kann ich nicht rechtzeitig hin. Er hat ja mal Glück. Oh, schade. Ich glaub, die Reichweite war nicht groß genug. Uri müssen wir auch nochmal töten. Au, ihr seht, die macht auch Schaden. Ich hoffe... Oh, lass ich aber... Ich mach auch Schaden. Auf wen bin ich drin? Der hat aber auch echt weg, Alter. Ich wollte eigentlich in Uri rein. Ich hab meinen Namen gehört. Mit Ignite Garen mit. Ja. Ignite Garen mit. Get Letters. Hab ich schon. Oh, du hast aber auch Pech, du, ey. Ja, gut. 800 hat die Ult gemacht. 800, ach, irgendwas mit 85 oder was weiß ich was war. Viel auf jeden Fall. 800 viel war's. Eigentlich jagen die jetzt alle mir hinterher. Den kann ich halt locker im One-on-One besiegen, aber... Ich weiß, dass es halt keine One-on-O's gibt. Ja, das wäre es nicht wie ein Tour-on-One. Ja, aber wie sieht das aus jetzt für dich, hä? Alter, der ist einfach ein Panzer. Ich glaub, mein... Du weißt, wie viel Schaden hab ich grad gemacht? Viel auf jeden Fall. Auf jeden Fall viel. Damit rechnest du halt auch nicht, dass das so für Damage kommt. Ja, aber das ist jetzt schlecht. Ich glaub, da fahr ich direkt da raus. Das ist ein bisschen unlucky. Jin, 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 tu's mir nicht an! Jin! Guter Heal auf jeden Fall. Und er steht halt einfach wieder am falschen Ort, zur falschen Zeit. Geh, geh. Am falschen Ort, zur falschen Zeit. Da bin ich bereit. Kreist euch mal zusammen. Obst ist im Haus. Kommt, Gas. Gas, 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 Gas. Zwei auf einen Streich. Geiler Damage! Boah! Craig Garsen, bitte. Hab ich nicht Les Garsen, Leute? Haut das mal in den Chat hier. Also, wenn ich jetzt... Wo bin ich, Alter, da oben? Also, wenn ich hier... Wann und wo und wie dann? Was? Ja, okay. Also, okay. Racheakt ist draußen. Blacklist ist... Die stimmt auch noch. Safe, 100%. Also, halt nur... Also, sie hat halt geultet, aber... 100%. 500%. Die einer von den Chips noch. Die QW zieht 70% ab. Ausgerechnet. In Dezimalstellen. Das hat... Die Q hat nicht getrunken, war nur die W. Das zählt nicht. So. Wir müssen halt Leute catchen. In One on Ones bin ich sehr stark, in One on Toons bin ich sehr stark. In Fünfer des Fünf bin ich ein Sucke-Lord. Sucke-Lord-Gandhi! Schlag! Okay. Ähm... Es gibt zwei, die ich nehmen könnte. Du armes Würstchen! Ähm, warte mal. Was ist hier los? Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht... Äh, wo bin ich drin? In wem? Wer ist das hier? Alter, der Schaden ist... Boah, hier hat das Sito. Erstmal Sito-Schlag. Kang. Alter. Auch die W, die knallt. 800. What a Lido. Einfach nur What a Lido. Oh, das ist fies. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Miststück. Schieß. Ja? Nee. Guten Tag. Einmal bitte die, äh... Madness-Karten. Der ist halt schnell. Ich weiß nicht, ob man schneller ist, wenn man hinterher killt. Weil der kurz stehen bleibt. Aber wir haben es ziemlich oft, tatsächlich. Bleiben Sie stehen! Sie sind verhaftet! Getroffen. Ja, gehen wir mal gucken. Guter Flash. Bam! Tausend! Ne? Aber wie gesagt, er hat Armour. Das müssen wir abziehen, ne? Also, wenn wir jetzt gleich jemanden ulten, der keine Armour hat... Ich brauche halt... 30 Sekunden. 48 hat der Radkram. Wir kaufen müssen uns aber so einen Red Pot vorher kaufen. Oh, Jill, du bist aber auch echt ein Würstchen! Oh! Ein lebendes Würstchen! Ich bin auch ein Würstchen! Oh, wir haben Elder Drake! Wir brauchen noch Baron! Schafft ihr das? Oh, was war das? Ich glaube, das war ein Weiger-Ding. Beide tot. Alle tot. Weiger tot. Gegner tot. Volli tot. Ich habe eine Mission. Ah! 1.115. Ah, ist schon okay. Kam mit Leben. Wir haben, meine Freunde, ich darf euch präsentieren. 757 AD! Ich glaube, ich hätte noch niemals so viel AD. Vielleicht auf Renga, aber das ist nicht fair. Und auf Gin. Das ist auch nicht fair. 757! Was? Unsere Ult macht 92%! Max Life Damage! Ich muss nur jemanden ult, der verliert 92% von seinem Leben. Nur die Ult! Oh mein Gott! Ich bin tot, glaube ich. Oh, das hat nicht so viel Schaden gemacht, aber da war auch... Da war jetzt das fucking Uri-Schilder. Ich habe 900 Damage, glaube ich, am Uri-Schild gemacht oder sowas. Das war schon ein bisschen fies. Du kommst hoch! Oh! Ne, wir haben zwei solche Champions im Team. Walga ist genauso schön. Der drückt einfach die Ult rein. Wie wird der Damage an Walga bitte gerade gemacht? Oh mein Gott! Okay, wir haben geacet. Ich glaube, wir können gewinnen. Oh man, ich wollte noch einen Ulten. Das ist echt schade, aber es ist okay. Es ist okay. Na, wir haben gewonnen. Aber auf jeden Fall eine lustige Runde. 100%! Ja! Scheiße, Alter! Meinte ich, wer auf 100% gekommen? Weiß ich nicht. Hätte vielleicht gehen können. Ja! 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 Bis zum nächsten Mal.